und hallo hier ist wieder der michael für mobiflip ich bin immer noch bei asus unterwegs und heute geht es um das passende gegenstück was ich für diesen stift benötige nämlich hier liegt es das sein 8s vermutlich erst wegen stylus ein unglaublich mega brillantes display habe ich im angebot das ganze läuft theoretisch aktiv also gibt es hier mit im normalen zu bedienen es gibt die möglichkeit damit zu malen er wird von haus aus nicht dabei sein ist aber als zubehör erhältlich wie man sieht auch mit einer sehr dünnen spitze das tablet an sich ist auf jeden fall schnell ich habe die daten jetzt leider nicht im kopf ich kann euch nur einen ersten eindruck davon vermitteln also wie gesagt sehr sehr supergeiles brillantes display es ist unglaublich dünn ich meine sechs millimeter ich kann die daten nicht genau sagen wir haben das nur so vorab kurz mal in die hand gedrückt bekommen auf der rückseite ist es aus metall mit einer schönen kamera und hier unten ist eine kleine leder applikation das ganze zieht hier nach bracht stil aus für das tablet selber geht es abgesehen von dem stift noch diverse cases die sehen dann so aus da kann man das telefon einfach das telefon das tablet einfach ein klipsen hat hier die connecte dazu und zum beispiel im falle dieses cases gibt es dann einen 6.1 glaube ich dts sound in verbindung mit dem tablet wir haben noch ein zweites case wäre es dann so aussieht wie das hier das ist einfach nur ein schutz case wo man das tablet rein machen kann und dann eben als modisches accessoire durch die gegend tragen kann hat auch hier oben dort für kreditkarte und so weiter und dieses case gibt es auch mit einem akku drin um für unterwegs noch mal ein paar tausend milliampere akku zu bekommen mehr informationen dann morgen oder wann auch immer wenn wir auf der pressekonferenz weitere informationen in ruhe finden können stay tuned das war soweit bis zum nächsten mal